Die Spannung in der Turnhalle in Augustveen ist spürbar. Unten sitzen 102 Schüler, oben auf der Tribüne deren Eltern. Sie alle sind Zeuge einer Premiere. Zum ersten Mal werden in Augustveen Schüler einer integrierten Gesamtschule eingeschult. Nach vielen Jahren wird die Oberschule Augustveen nun Schritt für Schritt eine IGS. Die Jahrgänge ab der 6. Klasse werden bis zum Abschluss als Oberschulklassen unterrichtet. Alle Schüler, die jetzt an unsere Schule kommen, werden nach dem IGS-System beschult, erklärt Schulleiter Michael Ringelberg. Bereits seit einigen Jahren bestand in der Gemeinde Arten der Wunsch, die Oberschule hin zu einer IGS umzustrukturieren. Ursprünglich hatte man mit drei Klassen zum Start gerechnet. Doch wegen der großen Nachfrage sind nun vier daraus geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017